Hallo, willkommen bei GameHits. Ah, heute werden wir das Putzling, Blaze, Planesatz ausprobieren. Viel Spaß. Okay, das sind wir, das war jetzt aber. Ich hatte das gerade gemacht. Oh mein Gott, so klein sind die. So, 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 so. Was? Das ist ja wirklich pritimistisch. Ich denke, wir pass doch an das. Das ist ja wirklich pritimistisch. 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 Okay. Das ist ja wirklich pritimistisch. 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 Also das sind mehrere glaube ich. Ich habe jetzt die Treppen. Das habe ich jetzt, oder? Ja, das heißt, ein bisschen Bilder. Das da. Da her. Dann. Da her. Da her. Da her. Da. Der Dickenleuchter? Ja. 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 Der Dickenleuchter? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.